Südafrika ist nicht nur zurück, sondern auch besser als je zuvor. Wir produzieren immer wieder neue, aufregende Produkte und wollen die Menschen ermutigen, länger zu bleiben, damit sich das Geld aus dem Norden hier vervielfachen kann. Das Ökosystem Südafrikas wächst. Die Verbindung mit dem Flugzeug ist perfekt. Man kann sich einfach in ein Flugzeug setzen und am Abend in Südafrika aufwachen. Interessierte können drei Monate bleiben und in der Zwischenzeit alle neun Provinzen besuchen. Die Zeit ist die gleiche. Das Essen ist gut, der Wein noch besser und die Menschen sind herzlich. Was braucht man mehr?